Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NICHTER WEISHEIT Letzter Schluss. Dieses Mal gucke ich mir IP FIRE an. Das ist eine Firewall-Lösung und die gibt es auch als Imagefin Raspberry Pi. Und das probiere ich heute mal auf einem Raspberry Pi 3 aus. Ja, das Ganze brauche ich für verschiedene Projekte, also mehr oder weniger mal so zum Ausprobieren. Und einfach mal gucken, wie das auf dem Raspberry Pi funktioniert. Ja, mal gucken. Einmal ganz kurz, was IP FIRE so ist. Das ist eine Firewall-Distribution, die auf Linux basiert. Also die haben sehr viel selbst da gemacht und kümmern sich um sehr vieles, basiert auf Linux from scratch. Das ist so eine umfangreiche Sammlung an Dokumentationen, wie man sich selbst so ein Linux-System bauen kann. Aber da ist sehr, sehr viel Handarbeit bei, wenn man das machen möchte. Da ist kein Paketmanager bei und von daher ist, denke ich mal, ein interessantes Projekt, das so zu machen. Das Ganze ist lizenziert unter der GPL und wird vorangetrieben durch das IP FIRE-Team. Und warum ich das jetzt überhaupt ausprobiere, ist, im Gegensatz zu anderen Firewall-Distributionen, die es so gibt, also sowas wie PFSense und OpenSense, die gibt es nur für 64-Bit-PC-Systeme. Aber IP FIRE gibt es auch für ARM V6 und ARCH64, also 64-Bittiges ARM-System, was so ein Raspberry Pi ab einer gewissen Zweier-Version ist. Innerhalb bei der Produktion von dem Raspberry Pi 2 haben sie das umgestellt, dass die dann auch 64-Bittig sind. Und der Raspberry Pi 3 und 4, die sind sowieso 64-Bittig. Da kann man denn Images für runterladen, direkt auf den Pi- bzw. die SD-Karte draufschreiben und davon booten. Das Ganze habe ich so noch nicht ausprobiert. Mal gucken, ob es klappt oder auch nicht. Ja, wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr es runterladen unter der Projektseite. Da gibt es auch für die anderen Architekturen, also AMD 64- bzw. PC-Architektur für 64-Bit-Systeme. Könnt das Ganze nochmal auf den Server installieren oder auf was anderem. Die Installation selbst ist jetzt nicht großartig schwierig. Man kann das über irgendwelche grafischen Tools machen. Ich mache sowas immer ganz gerne auf der Kommandozeile. Von daher habe ich hier mal sowas zusammengeschrieben für euch. Bei mir heißt das Kartenlese bzw. der Kartenschreiber SD-B. Guckt bitte vorher nach, dass ihr auch wirklich das richtige Gerät erwischt. Nicht, dass ihr euch eine Festplatte überschreibt und ein SSD. Also von daher genau gucken, wo das Ganze hingeschrieben wird. Wird bei euch wahrscheinlich anders heißen. Also, dass da nicht SD-B steht, sondern SD-C-D oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, bitte genau gucken. Ich habe mir das IP-Fire-Image in dieser Version hier runtergeladen. Das Ganze ist komprimiert mit XZ. Von daher muss ich das erst mal dekomprimieren. Also über XZ-Cat und minus D wird das Ganze in die ursprüngliche Form entpackt. Aber das Ganze wird nicht in der Datei entpackt, sondern es wird gleich weitergeleitet über dieses Pipe an das nächste Kommando. Das ist SD-D. Damit kann man direkt auf Geräte lesen bzw. schreiben zugreifen. Damit kann ich also eine SD-Karte direkt beschreiben. B, es sagt hier Block Size 1 MB. Kann man auch höher setzen. Mit 1 MB bin ich immer ganz gut gefahren. Aber höhere Werte werden wahrscheinlich schneller. Das sagt einfach bloß, wie viele Daten auf mal gelesen und wieder zurückgeschrieben werden sollen auf das Zielgerät. Also das Entpackte von hier wird in ein MB-Täppchen entgegengenommen. Und dann schreibt DD das Ganze auf mein dev-sdb. Bei euch eben höchstwahrscheinlich was anderes. Also wie gesagt, lieber noch mal aufpassen. Und das UF bedeutet einfach bloß Out-File. Also wohin das Ganze geschrieben werden soll. Und in der Unix-Philosophie sind auch Geräte direkt Dateien. Also von daher SD-B ist das Gerät bzw. die Gerätedatei, wo ihr direkt was hinschreiben könnt. Wenn das Ganze jetzt richtig draufgeschrieben ist, dann wird euer System auch sagen, hallo, wir haben jetzt ein neues Medium gefunden und das können wir jetzt auch mounten. Das machen wir auch gleich mal. Also beziehungsweise ich habe das schon gemacht und hier ist meine Kurzzusammenfassung, was man da machen sollte. Das Ganze geht nach der Anweisung, die hier unter dem Wiki von IPFire beschrieben ist. Das Ganze ist für den Raspberry Pi 3. Für die anderen Versionen gibt es andere Wiki-Seiten da drin. Die kriegt man auch leicht gefunden, wenn ihr es ausprobieren wollt auf einem anderen System. Also über unserem Desktop, sage ich mal, mounten wir diese SD-Karte, die wir gerade geschrieben haben. Und dann haben wir da eine Partition, eine erste Partition, die bei mir SD-B1 heißt. Also bei euch wird sie wahrscheinlich anders heißen. Und dort gibt es eine Datei, die config.txt heißt. Dort kann man verschiedene Dinge konfigurieren. Und so wie ich das der Doku hier entnommen habe und so wie ich es interpretiert habe, dass ich das höchstwahrscheinlich machen möchte, deaktiviere ich das UART. Das ist so eine serielle Schnittstelle. Ich möchte die eigentlich nicht verwenden, denn ich möchte, dass mir die IPFire direkt auf HDMI das grafisch anzeigt oder beziehungsweise mir dort die Textkonsole gibt und nicht auf einer seriellen Konsole. Also von daher habe ich aus der 1, die vordefiniert ist und die serielle Schnittstelle aktivieren würde, eine 0 gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen muss, aber das erschien mir irgendwie logisch, dass ich das so tue. Ein weiterer Punkt ist diese Datei un.txt. Da kann man jetzt auch nochmal über diesen Parameter sagen, also Serial Console. Der steht auf ON und den soll man auf jeden Fall auf OFF stellen. Das mag sein, dass das zweite ja schon erreicht und dass das erst überhaupt nicht notwendig ist. Dann sind wir eigentlich soweit fertig mit der Offline-Konfiguration von dem System. Danach natürlich die Karte wieder unmounten. Habe ich hier nicht aufgelistet. Und dann nehmt ihr die raus, steckt die in den Raspberry Pi, also in diesen kleinen SD-Karten-Slot rein. Und dann habe ich mir hier einen Bildschirm angeschlossen, eine Tastatur und eine USB-Netzwerkkarte, damit ich bei meinem Raspberry Pi die interne Netzwerkkarte habe und eine zusätzliche, damit ich das da wie bei so einer richtigen Firewall quasi als so eine Durchgangsschleuse verwenden kann. Also die Pakete kommen über die eine Netzwerkkarte rein. Dann guckt IPFire, ob das Ganze so in Ordnung ist und leitet es dann erst weiter. So soll es eigentlich funktionieren. Bei mir ist das Setup noch ein bisschen komplizierter, damit ihr auch was sehen könnt. Also TFT und Raspberry Pi, die werden nicht direkt angeschlossen. Da ist noch so eine weiche, so ein HDMI-Splitter dazwischen, damit ich eine Capture-Karte anschließen kann und gleichzeitig noch ein Bild auf dem Monitor kriege. Mal gucken, ob das so klappt. Diese Capture-Karten sind manchmal so ein bisschen, so ein bisschen dievenhaft. Nachdem wir das alles ganz toll verkabelt haben, also auf meinem nicht besonders großen Tisch hier, da ist so ein wunderbares Kabelknäuel durch diese ganzen Kabel und ja, da kommt eine Menge zusammen. Also wenn wir das verkabelt haben, können wir das System auch booten und dann gucken wir gleich mal. Und als nächstes würde ich mich denn hier dran so ein bisschen längs hangeln. Also ich habe mir die einzelnen Schritte nicht wirklich angeguckt. Der erste Schritt ist irgendwie Tastatur einstellen und dann hangen wir uns da irgendwie so längs. Mal gucken, was passiert. Das ganze Projekt kann auch komplett daneben gehen. Das ist ungetestet und ich dachte mir, ich muss so ein System sowieso aufsetzen, mache ich eine Folge draus, nehme euch ein bisschen mit und lasse euch daran teilhaben, wie ich das Ganze glorios schaffe oder ganz elendig dran scheitere. Dieser wunderbare schwarze Kasten im Hintergrund, das ist das, was die Capture-Card im Moment für ein Bild macht, bevor ich den Pi anschmeiße. Mal gucken, ob das klappt oder ob da gleich sich so gar nichts tut. Aber wir probieren es mal aus. So, Strom ist an. Ah! Wir haben ein leicht verzerrtes Bild. Ja, und mein Monitor sagt irgendwie so gar nichts. Der hat irgendwie noch keinen Bock, aber ich kann das hier auch in OBS auf dem Monitor gucken, in diesem Kontrollfensterchen da und ja. Ja, ist ja auch egal. Hauptsache, man kann was lesen. Und dass die Tastaturverzögerung dann so ein bisschen größer ist, als wenn ich es direkt anschließe, ist ja auch egal. So, was haben wir denn da überhaupt? Ach so, Raspberry Pi typisch. Die Partitionierung, die da drauf ist, das ist ja die aus dem Image. Das ist vielleicht so ein bisschen klein. Von daher wird das beim ersten Booten angepasst, sodass die Größe von der SD-Karte auch komplett ausgenutzt wird. Und danach fährt das Ganze einmal neu hoch. Also so weit, so bekannt würde ich sagen. So, genau. Also das war ja das, was ich auch schon in der Doku mir doch noch angeguckt hatte. Als erstes konfiguriert man die Tastatur und meine Tastatur funktioniert. Das ist großes Kino. So, und ich möchte natürlich... Mal gucken. Also mit Bild nach oben, das geht auch. Kann ich einfach ein D nehmen? Ich kann sogar ein D nehmen. So, ich nehme einfach mal DE für Deutschland. und die Zeitzone, in der ich das... Ist mir eigentlich erstmal egal, ob das jetzt... Oder? Will ich das in UTC haben? Oder was gibt es denn noch? Eigentlich müsste es doch hier... Ich mache das einfach mal so, wie ich das immer machen würde. Ich sage hier Berlin für Deutschland. Wie das System heißen soll. IP Fire ist noch ein guter Wert. Okay. Ja, Domain... Habe ich insofern nicht in meinem Testnetzwerk. Von daher... Ich mache da mal LD draus. Also nachher muss ich das einfach noch tippen und das will mir zu lang. Also nicht Local Domain, sondern bloß LD. Dann ein Passwort für Root. Und... Ähm... So. So. MMM. Dann noch ein Passwort für den Adminbenutzer für die Web-Oberfläche. Auch nicht verkehrt. So, genau. Jetzt haben wir hier... Also wir haben einmal Green und Red. Also die einzelnen Netzwerke, die angeschlossen sind an die verschiedenen Netzwerkkarten. Die sind mit Farben gekennzeichnet. Wir haben hier bloß zwei Netzwerkkarten. Also Green wäre das nach innen. Also mein lokales Netzwerk, dem ich prinzipiell vertrauen würde. Soweit ist die Logik. Also es ist grün. Und dann gibt es Red. Das ist das Netzwerk, was nach außen geht. Also das Internet, das böse Netzwerk, dem wir nicht vertrauen. Ähm... Genau. So. Und... Mal gucken. Achso. Okay. Gut. Und dann gibt es hier noch verschiedene weitere Varianten. Orange, Blue. Müsste ich gucken, was jetzt diese Farbcodes da sind. Rot ist das Internet. Grün ist mein lokales Netzwerk. Dann haben wir noch Orange. Das ist die demilitarisierte Zone. Das ist ein ungeschütztes Netzwerk, was vom Internet aus erreichbar ist. Also da könnte ich jetzt einen Web-Server hinstellen, der meine Firmen-Homepage hätte, zum Beispiel. Und blau ist für WLAN. Das ist ein zusätzliches Netzwerk, was vom Rest getrennt ist und was für WLAN-Geräte gedacht ist, die sich dort einbuchen können. Die können dann irgendwelche andere Dinge tun, aber nicht aufs normale Netzwerk zugreifen. Driver and Card Assignments. Also wie ich das jetzt zuweisen möchte. Ich möchte... Moment, wer habe ich es denn jetzt quasi? Also mein... Ja, also die interne Netzwerkkarte, das ist quasi mein Internet, mein Internet, also so wie ich es hier mal definiere. und diese Ansteck-USB-Karte, das ist mein lokales Netzwerk, dem ich vertraue. So, mal gucken, ob ich die auseinanderhalten kann. Dieser BRCM-F-Mac, das ist die WLAN-Karte, direkt auf dem Raspberry Pi drauf ist. Und diese erste Netzwerk-Karte, das ist die interne, also die ist, wo steht Formulier SMSC, das ist die. Und diese ASICS Electronics Dingsbums da, das ist diese zusätzliche Netzwerkkarte, die ich dazu gesteckt habe, die über USB angebunden ist. Beziehungsweise die sind beide über USB angebunden, das eine quasi intern und das andere ist zum Anstecken. So, ich wollte jetzt... Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte die... Genau, die da. Bei Green wollte ich die... Halte-Tastatur. Wollte ich die hier verwenden. Genau, und jetzt möchte ich da noch die andere. Ja, also, ja. Genau, Tab, Tab, Tab. Dann Address Settings. Ich möchte für Red... Ich habe von meinem Provider quasi eine statische IP-Adresse gekriegt. Der Provider bin ich selbst, mein Testnetz. Und ich möchte da jetzt... Ich nehme da mal eine 6. So, das sind die Einstellungen für mein Testnetzwerk. Und... Habe ich das jetzt für recht gemacht? Ja, genau. Habe ich. Und jetzt möchte ich noch Green haben. Achso, genau. Also, ja. Genau. Also, ich könnte die Netzwerkverbindung jetzt unterbrechen, aber ich bin ja sowieso direkt auf der Konsole drauf. Ich mache mir da mal einen eigenen Adressbereich. Ich sage da mal 23. Und das ist die 1. Theoretisch. Achso, genau. Ob ich jetzt ein DHCP-Server aktivieren möchte? Ja, das möchte ich. Ich möchte für mein lokales Netzwerk, den DHCP-Server auf der Firewall, aktivieren. Und die erste Adresse, da würde ich sagen... Ach, nehmen wir mal die 100. Bis 200. So, DNS-Primary... Ich packe da nochmal meinen Standard-DNS-Server dazu. Und sagt, okay. Setup ist complete. Okay. Ja. Also, was ich eigentlich ja auch noch machen wollte, ist, dass ich... Ist ja eigentlich so nicht gedacht. Über das rote Netzwerk, also mein Internet, da möchte ich eigentlich die Web-Oberfläche drauf haben. Hintergrund ist, dass das quasi im Testnetzwerk drin hängt und dass ich da denn drüber drauf zugreifen kann. Also mit irgendeinem Web-Browser, den ich ja dann auch zeige. Und das grüne Netz dafür da ist, dass ich direkt ein Gerät anschließe. Also, ich habe noch ein bisschen was vor in nächster Zeit. Von daher ist das auch Vorbereitung für weitere Folgen, wo ich sowas mal haben möchte. Einmal, weil ich mir Firewalls für ein Kundenprojekt angucke beziehungsweise angeguckt habe. Und zum anderen habe ich da was, was ich auch noch präsentiere. Da will ich mal gucken, was da für Daten ausgetauscht werden. Und... Ja, genau. Von daher ist das für verschiedene zukünftige Dinge ganz praktisch. Und damit ich es natürlich auch was zeigen kann, ist es gut, wenn ich das über das rote Netzwerk rauskriege, auch wenn es ja eigentlich so nicht gedacht ist. Eigentlich nicht. So, jetzt könnte ich mich da einloggen. Und... Ja, das ist ja schon mal gut. Schauen wir mal, was da so läuft. Na, geht das? Ne, geht leider nicht. Genau, kann man ein bisschen scrollen. Da, da, da. Wo fängt es denn an? HTTP. Also da läuft ein Web-Server. Das ist schon mal gut. DHCP-Server läuft da auch. Ja, das ist schon mal gut. Und haben wir hier IP-Tables. Also ich weiß es nicht, wie es... Okay, gut. Da ist eine Menge. Also vielleicht ist es anders umgesetzt. Über IP-Tables kriege ich schon mal Dinge ausgelesen. Okay. So. Was haben wir hier netzwerkmäßig? Da habe ich auch meine Netzwerke. Also Red 0 und Green 0. Da habe ich denn die verschiedenen IP-Adressen drauf, die ich auch haben möchte. Genau, 23, 1 und 1, 6. So. Dürfte eigentlich nicht funktionieren, aber ich probiere trotzdem mal. Seht ihr jetzt nicht, ob das klappt, wenn ich jetzt auf diese 6 zugreife. Nö, genau. Also da kommt gar nichts. Ist ja eigentlich auch richtig. Damit wir uns jetzt auch noch mal die Webseite angucken können, leite ich den lokalen Port, 444 ist es bei IP-Fire, wo über HTTPS der Webbrowser drauf zugreifen kann, leite ich an eine virtuelle Maschine weiter, die ich für Präsentationen immer mal wieder verwende. Und der Aufruf sieht dann so aus. Wir machen also ein Reverse Port Forwarding. Also ich nehme einen lokalen Port und schicke den über einen SSH-Tunnel an ein Zielsystem. Das sieht dann so aus. Also SSH, das Kommando für den SSH-Client und damit kann ich auch Tunnel bauen. Mit minus großem R, den Reverse Tunnel. Dann den Zielport auf dem Zielsystem meiner virtuellen Maschine möchte ich, dass der Port, der 444, auf der 8444 verfügbar wird. Und da ich den Aufruf von der Firewall mache, nehme ich den Localhost, beziehungsweise diese 127-001. Das ist genau dasselbe wie Localhost. und meine Quell-Port-Nummer, also die 4444. Und dann gebe ich noch an, mit welchem Benutzer ich mich auf meiner VM mit der IP-Adresse einloggen möchte. So, dann noch das Passwort eingeben und ich kann ja noch Parameter setzen, damit der Tunnel auch nicht zugeht. Aber ich mache mir das mal anders. Über Watch kann ich ein Kommando immer wiederholen lassen. Minus N5 sagt alle 5 Sekunden und Date gibt die Uhrzeit und mit Sekunden und Tag und so weiter und alles aus. Genau, also das läuft und das hält den Tunnel auch offen. Und jetzt springe ich mal kurz zur virtuellen Maschine rüber und das sieht denn so aus. Also Localhost ist jetzt aus der Sicht meiner virtuellen Maschine wiederum sie selbst und der Port 8444, das ist das, wo ich von der Firewall das zugeschoben gekriegt habe, für diesen 444-Port. Da das Ganze ein selbstsigniertes Zertifikat ist, sagt mein Browser, das kenne ich nicht, das hat irgendjemand ausgestellt, das Zertifikat, den ich nicht kenne und ja, das soll man eigentlich machen zurück hier. Lass das mal. Aber das ist jetzt ganz normal und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist nicht von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt worden, der der Browser vertraut, aber wir können dem Ganzen vertrauen, weil wir das gerade selbst gemacht haben quasi. So, erweitert. Und Risiko akzeptieren und fortfahren. Der Benutzer heißt Admin und das ist das Passwort, was ich habe. Und ach, von mir aus soll er einmal speichern. Ah, schön. Jetzt haben wir hier IP Fire. Also, das Ganze ist unter GPL. Ja, also ich darf es weitergeben, ich darf es modifizieren und so weiter und so fort. Alles total gut. Und ja, dem stimme ich natürlich zu. So. Ah ja, sehr schön. Also das haben wir insofern schon mal zum Laufen gekriegt. Also hier steht wiederum die IP-Adresse, die das System haben soll zum Internet hin. Gateway. Genau. Und mein Laden. Das ist doch sehr gut. Dann. Ich habe es eben noch nicht gesehen, wie das Ganze funktioniert. Von daher geben wir uns auf so eine kurze Reise. Ich will das Ganze jetzt auch nicht allzu weit ausweiten. Da könnte man wahrscheinlich eher eine mehrteilige Serie draus machen, bis man alles durch hat. Was mich eher interessieren würde, wäre nachher sowas LogGraph. Mal gucken. Was fällt da raus? Ah, okay. Wer drauf... Aha, okay. Also IP-Adressen innerhalb von dem Internet quasi. Das sind die hier. Dann eigentlich interessiert mich... LogList. Also eigentlich interessieren mich jetzt für die das eine Projekt, was ich da vorhabe, Domains, die aufgerufen werden. Mal gucken, was haben wir bei den Ports. 80. Und der hier. Okay. Okay, okay, okay. Log Settings. Mal gucken. Log Settings. Was kriegen wir da raus? Login-Rose-Connected-Order. Okay, wie haben wir das Ganze aufheben möchten? Firewall-Logs. Ah ja. Okay, gut. Da haben wir quasi die Liste mit den verschiedenen... Na gut. Also da tauchen vielleicht in Zukunft auch noch die einzelnen Zugriffe auf Domains auf oder so. Das wäre das, was mich interessieren würde. Und was haben wir hier noch? Firewall-Rules. Network. Und für ein anderes Projekt würde mich noch interessieren. ob es OpenVPN gibt. Status. OpenVPN, ja. Also eigentlich will ich jetzt ja keine Statistiken haben, sondern ich möchte das gerne noch irgendwo einstellen. GUI-Settings. Mal gucken, gucken wir nochmal GUI-Settings, was man da so kann. Ich hätte gerne, wenn es das auf Deutsch gibt, hätte ich es gerne auf Deutsch. Geht das? Ah ja. Das ist doch sehr gut. Signalton ausgeben. Daten-Sicherungen. Mal gucken, was gehört da. Kann man wahrscheinlich Protokoll-Dateien ISA stellen. Ach. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Also wenn man das quasi wirklich für Dinge sichern möchte, dass man es auch wirklich aufbewahren kann. Ja. Ist so ein ISO theoretisch eine gute Wahl, weil es ja erstmal unveränderlich ist. Es gibt natürlich Editoren dafür, man kann so ein ISO auch neu erstellen. aber wenn man es dann auf eine CD brennt, ja, ist es so ein bisschen unveränderlich. Hardware-Verwundbarkeiten. Was haben wir denn hier? Da haben wir quasi das Fallout-Zombieload. Okay, sehr schöne Namen. Meltdown. Ja, ich denke mal, die wissen schon, was sie hier tun. und das eine hier, was da ist, das wurde irgendwie entschärft. Spectre. So. M, 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 M. Mal gucken. Dienste. Genau, Dienste wollte ich haben. OpenVPN. Was kann man denn hier bei OpenVPN? Da haben wir, worüber die Zielsysteme kommunizieren sollen. Das ist jetzt ein Zehnernetz hier. Okay, gut. Dann kann ich hier noch festlegen, welche Hash-Algorithmen und IS-CBC, also Chained Block Cypher. So, und jetzt kann ich hier Zertifikat erzeugen. und Host-Zertifikat, Afghanistan, nö, 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 nö. Da zeige ich mir mal ein schönes Host-Zertifikat. Das kann eventuell ein bisschen länger dauern auf so einem Raspi. So, also prinzipiell OpenVPN ist da auch mit drin. noch was, was man da noch was, was man da, laufwerke, geht das parallel oder blockiert das? Okay, cool. Das blockiert nicht. Da kann ich dann gucken, hier, das ist meine SD-Karte über MMC-BLK0, wird die angesprochen, also nicht dev-SD irgendwas. Und wie viel wir da jetzt ausgelastet haben von dem Ding. So, das hier scheint fertig zu sein, Server angehalten, OpenVPN auf rot. Ja, das ist ja eigentlich das, was ich möchte, speichern, angehalten. Achso, starte OpenVPN-Server, läuft. Okay, mhm, 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 so, das ist ja auch gut. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, ist, ob ich das Ganze irgendwie automatisiert updaten kann oder ob ich das per Hand mache. Genau, Regeln hier, das wäre auch noch mal interessant. Packfire. Ich kenne Packfire nicht. Das scheint, also es sieht erst mal aus wie der Paketmanager. oder wie, ähm, achso, okay, ähm, wie, wie sowas ähnliches, ne? Da das Ganze ja auf Linux von Scratch basiert, müssen die sich ja irgendwas überlegt haben, wie sie da die Pakete draufkriegen. Ah, mhm, mhm, installiert hat uns, verfügbar, ach, verfügbare Updates. Ah, okay. So, Upgrade. Achso, das kann sogar sein, dass ich mich extra für eine ältere Version entschieden habe, damit ich das aktualisieren kann. Um mal zu gucken, ob das klappt und, äh, wenn ja, wie. So, das Ding, aha, aha, führt eine Aufgabe durch. So, und? Ach, okay, da kann man scrollen. Upgrade. Und, ähm. So, 173. Da wird jetzt gerade irgendwas runtergeladen. Mal gucken. Signaturen werden überprüft. Das ist schon mal gut, wenn das signiert ist. Ah, okay, okay. Also, der muss jetzt wirklich nacheinander alle Updates einspielen. Jetzt ist das Ganze sogar fertig. Ich habe gar nicht geguckt, wie lange das Ganze gedauert hat. Ähm, aber es ist halt fertig. Und jetzt steht da, ein Update erfordert einen Neustart. Ich klicke da einfach mal drauf. Und, ach so, okay, äh, Neustart. Mal gucken, ob das noch klappt. Ich spring mal rüber zur, ähm, Capture-Karte. Ach so, das ist ein Apache, jetzt wissen wir es auch. Ja, so ein Raspberry Pi ist ja nun, ähm, äh, kein super schneller Server oder sowas. Es ist schön, dass es überhaupt funktioniert. Aber einige Sachen dauern halt länger. Vor allem, äh, wo ich es ja auch über die SD-Karte mache. Also, wenn man jetzt ein externes, ähm, USB-Medium anschließt, wie eine SSD sogar, äh, dann ist das Ganze nochmal deutlich schneller. Das habe ich auch in anderen Videos so gemacht. Also, es macht wirklich einen großen Unterschied, ob man das jetzt, ähm, mit der SD-Karte oder ein externes USB-Medium nimmt. Wobei es ja bei den neueren Raspis ja auch USB 3 gibt. Das macht das Ganze nochmal deutlich schneller. Aber wie wir sehen, das Ganze fährt schon mal hoch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, das Update ist auf jeden Fall nicht komplett daneben gegangen. Hm, okay, gut. Also, es ist wirklich nicht kaputt gegangen. Das finde ich schon mal gut. So. Und wir haben jetzt sogar einen relativ aktuellen Kernel. So, das geht jetzt wieder. Sehr schön, sehr schön. Und, äh, mal gucken. Status System. Da müssen wir jetzt ja eigentlich die, äh, wo steht es? Steht es irgendwo? Ah, da. Ja, genau. Da unten steht auch die Version. Also, die 1.7.9, die wir auch haben wollten. Ja, also, damit würde ich sagen, das, äh, hat soweit funktioniert. Damit wäre ich damit auch erst mal soweit zufrieden. Also, prinzipiell haben wir gesehen, dass das Ganze funktioniert. Auf so einem Raspi ist natürlich ein bisschen langsamer. Aber davon ist natürlich immer auszugehen. Und, ähm, selbst ein Update hat funktioniert. Und, ähm, OpenVPN, das ist da auch mit drin. Von daher würde ich sagen, prinzipiell kann man das verwenden. Oder, wenn man halt mehr braucht, dann installiert man es auf dem richtigen Server. Dann ist es natürlich deutlich schneller. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ähm, ihr habt wieder was dazugelernt. Ich habe auch was dazugelernt. Und ich habe das das erste Mal überhaupt ausprobiert mit IPFire. Und dann quasi auch unter den Schwierigkeitsgraden ein bisschen erhöht, indem ich das auf so einem Raspberry Pi installiert habe. Ansonsten macht es nach. Macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und, äh, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017